hallo liebe filmfreunde hier ist euer 4hees 82 mit meinen kleinen black friday einkaufsdeals und viel gekauft habe ich nicht vor allem auch nicht in deutschland sondern eher aus amazon italien und die sache schauen wir uns mal ganz kurz an natürlich auch mit unboxing video in deutschland habe ich mir einen film gekauft den ich wirklich also wirklich schon lange sehen wollte grüße genauer anliegen mann für den kadaver der mit diesem film immer wieder empfohlen hatte und zwar der leuchtturm jetzt für 4,95 euro geschossen da kann man nichts verkehrt machen und auf diesen film bin ich auch wirklich mehr als gespannt es klingt wirklich verdammt spannend auf eine abgelegenen und mysteriösen insel in new england ende des 19 jahrhunderts versuchen die leuchtturm während der wake gespielt von william de foe und winslow robert patterson mit der extremen abgeschiedenheit zurecht zu kommen als ein herannahender sturm sie gänzlich von der zivilisation abschneidet und seltsame erscheinungen aus dem nebel auftauchen eskaliert die situation zwischen den beiden extremen unterschiedlichen kollegen und alles steuert auf eine katastrophe zu robert eckers switch erschuf mit leuchtturm eine hypnotische und halluzinatorische geschichte den die zuschauer sofort in den band zieht ist ein schwarz weiß film also bin wirklich mehr als gespannt wir machen mal die folie runter und ja mal schauen was mich bei diesem film erwartet also der liebe kadaver ist jetzt hier wieder kaputt lachen wenn man das eben hier das video wahrscheinlich sieht aber ich freue mich auf diesen film hier ist er auch und einmal eben dann die innenseite und ja das war wie schon mein aller einzige kauf in deutschland und dann gab es noch ein bisschen was weiteres aus amazon italien nämlich einmal wonka und die schokoladenfabrik in der 4k st book und einmal ein film und zwar 2001 odyssey im weltall jetzt noch mal in der world edition ich habe diese film ja schon mal angeguckt und muss wirklich sagen ich komme an diese filme dran ich versuche jetzt noch mein drittes mal und auch diese box wollte ich schon lange haben und zwar die gladiator die titans of kult collection einmal hier in diesem ja full slip oder auch was ob es genau ist ich muss mal auspacken und damit gehen wir in die eko perspektive über und dann schauen wir uns mal das ganze mal ganz genau an also bis gleich in der kamera und wir sehen uns dann gleich ja mein lieben und das sind wir auch schon in der eko perspektive mit den drei black week stil im jahr 2001 odyssey im weltall einmal hier willi wonk und die schokoladen fabrik und einen natürlich gladiator in der titans of kult collection und wir fangen an mit einem film ja 2001 odyssey im weltall von diesem film gibt es auf meinem kanal doch recht viel zu entdecken einmal ein steve book aus von xavi dann die collectors box und sogar noch einmal dann ein wo hieß schaut an video zu diesem film alles finde ich hin in infobox und ja diesen film habe ich echt so meine probleme ihn zu verstehen der film natürlich ist wirklich sehr impulsant inszeniert worden von 1966 wahnsinnig gut von sandy kumpe gemacht worden aber einfach vollkommen strange der ganze film vor allem dann der schluss es gibt mir einfach so gut wie null sinn aber wie gesagt ich versuche hier nochmal ein weiteres mal diesen film zu gucken ja ich möchte es nicht aufgeben ja 2001 odyssey im weltall geht 148 minuten das sehen wir auch hinten drauf ist also auch hier mit einer deutschen tonspur auf der 4k disk und auch mit auf der pure disk enthalten nämlich einmal hier der beweis tedesco oder eben wie gesagt die deutsche tonspur mich hier mit enthalten mit tedesco auf allen beiden disks vorlesen kann ich jetzt hier nichts einmal aus dem grund es ist auf italienisch aber wenn wir hier noch hat ans bein oder hier an die volt edition eine hier der film volt mit diesem ja plexiglas schuhe raus also eher so mit dem plastik schuhe raus ich finde es wirklich sehr gut gemacht gefällt mir wirklich sehr gut und da haben wir hier das steelbook und das ganze schaut hier so aus auch das muss ich wirklich sagen gefällt mir auch hier richtig gut mit dem monolithen hier im mittelpunkt des steelbookes hier außerdem immer das raumschiff hat schon irgendetwas cooles an sich aber wie gesagt das ist das große problem ich habe dieses nicht verstanden von der farbgebung her auch natürlich sehr schön gemacht dann gehen wir zum spine über auch hier nochmal dann a space odyssey und hinterher eben dann dieses computer auge hat auch einen glanzeffekt bekommen und schaut euch hier schon mal sehr schön aus auch hier im hintergrund eben dann die sterne und hier noch mal dann die ja die credits 1968 tschuldigung 1968 ist das umher und wir schlagen mal auf so schon das ganze steelbook von außen aus und wie gesagt für 23 Euro kann man jetzt auch hier nichts verkehrt machen mit einer drei disk setze dann einmal hier die normale disk auf blöd ist und dann noch denn die bonus ist er als unspektakulär auch da kann man nichts verkehrt machen und hinterher wenn man dann diese große raumstation auch die hier sehr stark ausschaut mit der landung des raumschlösses hier gefällt mir schon mal sehr gut und das war schon mal dann die odyssey im weltall von 2001 oder andersrum 2001 im weltall in der 4k steelbook aus italien für 23 Euro gekauft auch da kann ich einfach über hier nichts meckern und bin jetzt noch mal froh diese firmen jetzt nochmal angucken zu dürfen mal gucken wie er mir noch mal dritten mal gefällt vielleicht alle guten dinge sind drei klappt es nun bei der dritten sichtung und weiter geht es eben dann mit willi wonka und die schokoladenfabrik da habe ich mir erst vor kurzem erst die emory geholt in deutsch das steelbook oder zumindest die emory ist auch hier wirklich sehr teuer von diesem film geworden kam jetzt eben hier raus in einem 4k ultra d disk steelbook raus dasselbe motiv gibt es auch bei zabi was auch erst vor kurzem raus gekommen ist wollte ich abbestellen ging aber leider ist schon verschickt worden sehr ärgerlich denn das steelbook kostet gerade mal bei italien hat gerade mal bei italien 13 euro gekostet deswegen ist mir geholt auch da kann man vom preis nicht meckern einzige getippung wir haben auf der 4k das kann man hier leider keine deutsch deutsche tonsprung mit dabei sehr schade wir drehen mal ganz kurz rum hier sieht man auch das sehr deutlich blue red das kann man eben hier tedesco mit 1.0 aber auf der 4k disk ist da eben nicht zu finden dass euch eine deutsche tonsprung mit dabei ist und ist auch bei blut ist auch so bestätigt worden dass eben auf der deutschen blut ist auf der 4k disk im keine deutsche tonsprung mit dabei ist wir machen mal die folie runter oder schauen wir uns mal das an ist auch schon unten und wir machen dann auch hier mal die banderole runter die hier festgeklebt wurde einmal hier abgegangen und einmal hier vorne lässt sich auch ganz gut ablösen und so wie schon mal zu der banderole auf italienisch natürlich ist klar und genau 90 minuten und jetzt schauen wir uns das team book an und das muss ich sagen schaut hier wirklich sehr schön aus natürlich auch hier passt natürlich zum alter her in weiß gehalten auch das schriftdruck hier wie ihr seht hat einen glanzeffekt bekommen und jemand die wichtigsten charaktere aus dem film so schaut das ganze aus dann haben wir hier den spine willi wonger und die chocolate factory und hinterher auch das ist auch hier sehr schön gemacht ich persönlich finde schaut euch hier schon mal sehr schön aus und hier noch mal das komplette steelbook von außen und muss wirklich sagen richtig schön gemacht innen drin schaut das ganze jetzt so aus hier ein goldenen ticket dann einmal hier die 4k disk und die ganze süßigkeit mit wie gesagt dem goldenen ticket für die willi wonger fabrik schön gemacht auf jeden fall auch das team book und wie gesagt best mal gucken in italien gibt es immer noch kostengünstig nicht wie bei zavi ich hoffe ich kann es wieder zurückschicken ja so wie schon mal zu dem nächsten teil und jetzt kommt noch zu dem hauptaktion nämlich hier nämlich gladiator in der titans of kult collection da gab es noch eine größere box die gab es auch im angebot bei italien aber die braucht jetzt nicht mehr lange die ganz normale und hier war auch meine allererste titans of kult collection gebe ich zu ist es auch keine selbe die ich sammeln möchte weil es gibt auch immer die selben filme aber bei gladiator muss das zuschlagen weil ich einfach auch dies den film einfach mega finde und mal gucken ob ich den runter bekomme natürlich nicht aber wie ein grubmotoriker einfach mal runterreißen und sieht da es hat auch funktioniert und auch hier haben wir ein hochglanz hier ist eine kleine kerbung drin aber auch damit keine zu leben einmal hier natürlich dann der die maske von gladiator die hier das erste mal aufsetzt im kolosseum hat er einen glanzeffekt bekommen ohne war den schriftzug mit gladiator hätte er auch hier gut gepasst dann haben wir hier dann der schriftzug gladiator auch hier mit dem glanzeffekt bekommen und auch hier geht die maske auch hier außen rum noch hier unten mal das logo titans of kult collection drei disk set und hier noch eine andere seite noch mal hier mit gladiator und hier unten haben wir dann die in netzangabe was alles enthalten ist von dieser film die titans of kult collection includes 4k steelbook steelbook case kult stand und dann einmal ein pin von maximus helm ja schauen wir einfach mal rein und hier an die rückseite natürlich auch auf italienisch aber auch hier haben wir auf 4k disk und auch auf der pluridisk eben eine deutsche tonspur deswegen auch geholt die tesco und auch hier ebenfalls auf bürger das ebenfalls also auch hier alles schön gemacht auch hier haben wir ein klebepupel außen rum aber ich glaube das ganze schaut hier so aus auch dass wir hier sehr schön gemacht eben mit dem blick aufs kolosseum oder hier nochmal ein schrift auch hier in einem glanzeffekt bekommen hat sehr schön wirklich sehr schön gemacht auch hier auch noch mal ein schrift zu finden erkennt man kaum wenn man es nicht sieht aber mit dem licht erkennen was wirklich sehr deutlich und dann schauen wir mal wie wir es jetzt hier raus bekommen das ganze ich habe nämlich keinen plan ach Moment mal so macht man es auf so macht man es auf ja also hier ok wow das schaut natürlich schon sehr stark aus auch hier nochmal erkennt man auch am rand nicht wirklich was aber ich sehe das auch das wirklich sehr schön gemacht gut die lasche gefällt mir jetzt nicht ganz so weil ich kann ja auch sehr schnell einreisen also ein magnetverschluss hätte es hier besser getan und dann haben wir hier schon mal dieses echt verdammt coole steelbook hier was hier so ausschaut mit einem kompletten prägung mit eben der rüstung von Maximus Saustahl gemacht auch die wir alle hier haben und geprägt auch hier natürlich dann die hier oben die Schulter Schulterschutz auch hier zu sehen ja hat schon irgendwie was schaut wirklich verdammt gut aus aber durch irgendwie das Schriftzug mit Gladiator hier unten ist echt cool gekommen einmal dann das Bein Titans of Kult Collection Gladiator und hinterher dann der ganze Helm ja hinterher ist ein bisschen langweilig persönlich wie ich finde aber es ist immer eine Geschmackssache und innen drin schaut das ganze hier dann so aus und wow wirklich war schön gemacht auch hier nochmal die 4K-Disc mit auch einem neuen Aufdruck diese schaut hier so aus dann haben wir hier dann die Blu-ray Disc und noch die Bonus Disc gibt es auch noch dazu und die ist ebenfalls auf Deutsch und einmal hier nochmal dann das Hintergrundmotiv mit Maximus und ich muss wirklich sagen auch das auch hier sehr schön gemacht hat es eben jetzt hier 29 Euro gekostet 49 Euro jetzt gekostet Entschuldigung 49 Euro jetzt gekostet nicht nur nur 20 19 Euro ist natürlich lieber gewesen aber schon mal ein sehr cooles Ste-Book schön gemacht so weiter geht es dann mit den inneren Werten noch einmal hier eben dann ein paar machen wir erstmal das hier einmal hier eben das Ste-Book Ständer und das kann man einfach hier so hin machen oder auch nicht so geht es geht ja wirklich sehr schwer rein aber es bleibt stehen hat schon was innen auch mit Vlies ausgelegt innen drin damit es auch nicht zerkratzt hoffe ich jetzt mal wir werden es jetzt gleich sehen wenn wir es abmachen nein es bleibt sauber und rein auch hier nochmal eben dann der Vlies hier eben das Acrylglas ja ist schön gemacht ob man es braucht weiß ich jetzt nicht aber für verschiedene Sachen zum hinstellen für das Ste-Book oder eben hier dann der Helm von Maximus den ziehen wir jetzt hier aus Metall eben die Pinnnagel und innen drin ja das war es auch schon mit dem ganzen mehr ist es eher nicht geworden hätte ein bisschen mehr sein können und dann schauen wir uns mal ganz kurz unsere hier die Charakter Cards an oder Foto Cards an auch hier ein paar ja ihr seht ihr schon was es ist und zwar behind the scenes Fotos sehr stark mit den Löwen also mit den Tigern also die gab es ist also doch nicht realistisch sehr cool gemacht auch hier mit den Attrappen cool sowas hier sind wir dann doch selten also auch die hier waren sogar in echt diese Tiger wurden nachgestellt auch hier nochmal ein cooles Pernasins Foto so oder eben noch hier dann die weibliche Gladiatorin hier gerade geschminkt wird coole Sache auf jeden Fall ja mein Lieben und das war es auch schon mit der Titans of Cult Collection von Gladiator hier mal die Meisterung und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video und was sagt ihr denn nun zu den ganzen Editionen von mir wo ich mir geholt habe welches euer Favorit also hier das ist natürlich eine Befaltung etwas blöd einmal hier die Gladiatorbox 2001 Odyssey im Weltall oder eben wie gesagt noch Willy Wonk und die Chocolatenfabrik alles beide schöne Teile und ja für den Preis kann man auch hier nicht meckern insgesamt ein bisschen aber habe ich aber 90 Euro dafür glaube ich gezahlt ist voll und ganz okay und ja was sagt ihr dazu gerne Kommentare reinschreiben und dann sehen wir uns nochmal ganz kurz zurück mit dem Hauptschirm bis gleich ja mein Lieben und das war es auch schon mit meinen Black Weeks Deals und wie gesagt einmal hier ja der Leuchtturm mit Willem Dafoe und mit Robert Pattinson in der Hauptrolle auf diesen Film bin ich mehr als gespannt und einmal hier Willy Wonka und die Chocolatenfabrik ähnlich auch im Steelbook ja leider bekomme ich jetzt nochmal weil es nicht schnitt werden konnte das andere Steelbook von Zavi mal gucken ob ich es behalten werde schönes Teil auf jeden Fall und für 13 Euro kann man bei diesem Steelbook hier nichts verkehrt machen dann ein Film den ich nochmal hier eine Chance geben werde nämlich hier 2001 Odyssey im Weltall zum dritten Mal nun in meiner Sammlung in einer weiteren Edition und mal gucken ob es nun beim dritten Mal jetzt endlich klappt dass mir dieser Film auch wirklich so gefällt und ihn als Meisterwerk betiteln kann wie Alain auch und natürlich ein Meisterwerk das ihr mal angucken kann dass ich hier im Gladiator in the Titles of Cult Collection muss wirklich sagen schöne Box ja die Haltung ist ein bisschen komisch hier aber muss echt sagen finde ich schön gemacht ja mein Lieben was habt ihr euch denn in den Black Weeks geholt habt ihr auch ein paar Angebote mitgenommen oder habt einfach das mal links liegen lassen ich muss wirklich sagen ich habe gar nicht mal so viel geguckt ich hätte natürlich noch viel mehr einladen können aber ich habe mich zurückgehalten ich habe mich zurückgehalten und ja stellt in den Kommentar rein was ihr euch geholt habt bei den Black Weeks und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder bleibt bis dahin schön gesund Tschüss mit Ö und BEEP und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann lieber ein weiteres Mal